Verfolger-Duell im Fühlin-Stadion. Der Tabellen 7. FV Illertissen wie gewohnt im Blau empfängt den 4. Wacker Burghausen. Beide zeigten sich zuletzt gut drauf, sodass die 420 Zuschauer durchaus eine attraktive Partie erwarten durften. Und der Auftakt auch äußerst vielversprechend. Die Haushalten mit aggressivem Pressing eroberten auf früh die Bälle und kamen durch Janik Glessing auch zu einem ersten Abschluss. Wacker durchaus beeindruckt, versucht aber auch einen Weg in diese Partie zu finden. Vorerst aber noch nicht wirklich gefährlich. Anders die Gastgeber. Zehnte Minute, wieder Glessing, umkurvt der Torwart Markus Schöller, aber der Winkel dann zu spitz, der Ball geht nur ans Außennetz. Doch eine Minute später war es weit. Vorstoß über rechts von Philipp Beuer und seine Hereingabe versenkt Kento Terranuma zu seinem zweiten Saisontor. Illertissen in der Anfangsphase das zielstrebigere Team. Danach verflachte die Partie aber zusehends viel Mittelfeldgeplänkel bis zur 35. Minute. Da bietet sich den Gastgebern die Riesenchance aufs 2 zu 0. Tilalowitsch schlägt quer auf Terranuma, aber dessen Schuss wird im letzten Moment noch abgeblockt. Burghausens Coach Leo Haas wechselte in der 37. Minute bereits zweimal. Das sagt alles darüber aus, wie zufrieden er mit dieser ersten Hälfte war. Wacker dann auch durchaus bemüht. Nach dem Wechsel die erste Chance gehörte aber wieder Illertissen. Beuer findet aber im stark reagierenden Markus Schöller seinen Meister. Haas versuchte von außen alles, hatte bis zur 56. Minute schon viermal gewechselt und in der 60. Minute wurde er für seine Umstellungen einbelobt. Noah Akbarje, einer der beiden früh eingewechselten, trifft da etwas glücklich durch die Hosenträger von Felix Thiel zum 1 zu 1. Nun also alles wieder offen. Danach ein Abziehbild der ersten Hälfte, beide bemüht, aber ohne Durchschlagskraft nach vorne. Bis zur 85. Minute, da gelingt Andre Leipold, ebenfalls eingewechselt, das 1 zu 2. Vorlage übrigens von Sami Amari, sie raten es, auch einer der eingewechselten. Burghausen also nach dem ultraspäten Siegtreffer zuletzt in Hauptstadt, diesmal wieder mit einem späten und ziemlich glücklichen Punch. Ein sehr leidenschaftliches Spiel mit dem glücklichen Ende für Burghausen, die hier gezeigt haben, warum sie in der Spitzenmannschaft sind. Meine Mannschaft da sehr gut dagegen gehalten hat, auch in der ersten Halbzeit verdient 1 zu 0 führt und wir uns dann versäumt haben, das zweite Tor nachzulegen. Dann wäre das Spiel auch in eine andere Richtung gegangen, aber wenn und hätte und aber. Wir müssen es uns selber zuschreiben, dass wir den Gegner wieder stark gemacht haben. Wir haben so gut wie gar nichts zustande gebracht in der ersten Halbzeit. So erst im Laufe der zweiten Halbzeit, mit der zweiten Halbzeit wurde es besser. Und ja, insgesamt nehmen wir jetzt den Sieg heute natürlich mit. Ich glaube, man darf auch mal ein Spiel gewinnen, wenn du auch mal die schlechtere Mannschaft bist, das war halt der Fall. Und dementsprechend sind wir glücklich für den Sieg. Aber ich glaube, dass wir definitiv besser spielen können die nächsten Wochen. Wacker bleibt also nach dem dritten Erfolg aus den letzten vier Spielen weiter oben dran. Für Le Tissen ist es die dritte Saison-Niederlage. Interessanterweise übrigens alle zu Hause.